Musik Die Menschen haben Unmengen einer Waffe hergestellt, die unsere Invasionstruppen gefährdet. Diese Teslaspulen sind billige, schädige Versionen, die du in Area 42 gesehen hast. Und du, mein impulsiver Freund, darfst jetzt alle Teslaspulen in der Stadt zerstören. Interessant. Einige sind automatisiert, andere erfordern Menschen mit ihnen. Was mach ich jetzt mit denen? Ganz einfach. Jede Einheit ist mit einer Steuerkonsole in der Nähe verbunden. Zerstöre sie alle, wie ich bin. Ich soll also die Teslaspulen und die Steuerkonsolen zerstören? Einmal mehr, Quinto, hast du den Kärmen aus, wie sehr scharf und zu ganzer Erfahrt. Du musst diese Teslaspulen zu Fuß ausschalten, ansonsten stören sie die Funktion deines Raumschiffs. Elektrische Verteidigungsmaßnahmen. Äh, mein Kopf, mein Kopf! Vol'nach, komme an desse. Ja, ja, ja! Ja, ja, ja! Ja, ja, ja! Ja, ja, ja! Ja, ja! Ja, ja! Ja, ja! Ja, ja! Ja, ja, ja! 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 Ja, ja, ja! Ja, ja!